Der Mann, der uns vorhin... ...mit dem Freistoß feiert ein wenig in das Tal, nicht von den Tränen, aber er hat in das Tal von der Enttäuschung gestürzt. Jetzt spürt er hier auf Gaviglia. Jetzt der Gleiber, vier Stunden, Flanken kommt rein. Babu, der Höhe verholt dort. Pogbao, Luhu, Bezicci, sorry, Waro kann klären. Puzerner bleibt allerdings dran. Nein, nicht Penalti. Penalti. Penalti verschuldet von Waro. Ah, shit. Ah, schade. Ale Wulf, es liegt an dir. Ach. Claudio Lustenberger wird mich retten. Und Marco Wölge wird nachher. Ja, wir schauen mal, ist es einer? Ja, es ist einer. Klaas Clark, die erste immerhin richtige Entscheidung für den Klossner in einem wichtigen Moment. Das kann man ihm geben. Blöd. Blöd. Aber ey, egal. Wenn er das macht, dann stellt er ihm vor, das ist ein Ziel von der Schlussoffensive. Aber zuerst Appen jetzt zum Wald. Wilia macht ihn. Oh mein Gott. 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 Was bist du denn auf einer Held? Meine Gehütze, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm er Gielen. Komm er Gielen! Momentum und so. Bobergen, hoher Ball. Achtung, Achtung! So, schau mal an der Omlin! Leck mir, was ist denn der Verbau? Jetzt geht er und treibt es! Alle, alle, alle! Es kommt gut, es kommt gut. Was für eine Chance hier vom Sexonogo. Omlin bringt dort die Hänge hoch. Nur eine verdammte Kiste. Vielleicht jetzt Suleimani. Babu! Du! Du, wieder! Nein, wir müssen die... Du musst doch die Christen noch machen. Insame! Sie stehen noch lange im Weg. Meine Nerven, ich kann das nicht fassen, was hier passiert. 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 Los, Gieler! Leck mir die Stimmung, das ist jenseits. Leck mir die Stimmung. Das ist sehr schlapp. Die Zellen! Die Stimmung. Zwei der Spiel. Zwei der Flute. Zwei der Flute. Zwei der Spiel. Zwei der Flute. Zwei der Flute. Zwei der Flute. HENZ! Osterhalb vom Strafraum, aber es gibt den verkürzten Corner. 9er, LaVamillo. Scheisse, ist das geil. Wir weiss nicht anders, wir weiss genau so. Aber wir weiss vor allem jetzt an das 2-1. Es muss so erkämpft sein, vielleicht jetzt mit dem verkürzten Eckball. Wir drücken dies so etwas von hinten hinein. Und wir treffen jetzt zum Goal. Wir sind bereit für Eskalation. Un po' die Eskalation! Eskalation! Jetzt! Fuck! Suleimani zu heute. Suleimani. Gegen Biffia. Komm, komm, komm! Gornir! Gornir! Alle Gierer kommen! Alle Aui! Kommen! Was für eine Stimmung hier im Vöbel. Was haben wir für gute Standards bisher. Jeder ist Druck gekommen. Ausnahmslos jeder. Hey, Schiri! Verreicht man! Zulia, der Benauti hat verschossen, hat sich da viel, viel Zeit. Pfui! Aber jetzt passiert es, er sieht Krius in der Marka. Ja, genau. Darum fühlt sich auch der Krieg und Schwelli so wohl. Innen kommt der Schulz. Marvin Schulz, früher Glattbacher. Alle Gier. Suleimani bringt direkt Ball. Kommen, Kieler, kommen! Er kommt gut. Schulz gibt den ersten Ballkontakt. Schulz. Er hat schnell geholzt. Schulz. Wir haben noch 10 Minuten. Hoppe, hoppe! Hoppe, hoppe! 10 Minuten offenziert. Ah, schlechter Ball von Nuhu. Abgelenkt, Gornir. Kommen! Los, Kieler, los! Los, Kieler, los! Jawohl! Wieder Suleimani. Diesmal von rechts. Hast du die Ordnung erzählt? Nein. Vielleicht landet es aus der Regie. 9-9. 9-4. Alle Suki, komm! Der ist es. Und wo die Escalation? Si! Para mi, si! Ah, wieder Schulz. Da kommt dann mit Si! Ich zieh die an. Ah, Abisser! Lauf, lauf, lauf! Lauf, lauf, lauf! Sekusanago gegen Lustenberger. Gornir! Gornir! Das ist der 10. Das ist der 10. Das muss der 10 sein. Jetzt! Kann man das fassen? Ist das überhaupt noch? Ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht. Bring den, Suki! Bring den! Oh nein! Was soll das, Mann? Nein! Ist echt mühsam! Kleine Rangelei dort im 16er in Cosimo Peru. Genau dann, wo der Suleimani anläuft. Ich glaube, die stresst mehr als der Suleimani. Der ist immer recht easy chill dort unterwegs. Ah, Lesuki läuft nochmal an. Viel Bewegung im Strafraum, muss auch so sein. Klärt wieder von Luzern. Unruhe bis zu Benito. Der hat es wirklich von Bergen. Luzern steht jetzt eigentlich, ja, selbst hinter ihnen. Die letzten 3 Eckbaule haben leider nicht ganz gut. Können wir gefährlich sein. Aber jetzt ein guter Ball von Belfli. Ah, schützt er mit dem Kopfball oben runter. Achtung mit Susana noch einmal stehen. Seko muss dort locker zutun. Achtung! Da ist der Berger, das Spiel läuft. Führt wieder. Von Leuke hat der Fall geteilt noch verlieben. 83 Minuten. Ja, es wird eh dramatisch, egal wie das jetzt hier ausgeht. Nuhu. Es hat sich nachgezogen. Dreht sich einmal um die eigene Achse. Und der Landmehrer am Vorbergen. Und jetzt wollen wir das Spiel wieder auf. Luzern macht wieder ihren Rigu. Fiefer Kette. Hinter, dann eine Vierer Kette. Und das ist ein schlechter Ball von Nuhu. Den Benito leider nicht kontrollieren kann. Versuch von einem Flügel wechseln. Da steht immer noch 1 zu 1. Frag ist ja immerhin nicht, wenn wir Meister werden. Sondern wenn wir so heute werden. Aber wir weiss so fest. Wir weiss so fest heute. Glaublich harte gegen Luzern nicht. Ja, aber jetzt gibt es noch einmal Einwurz für Sie, oder was? Wir haben den Ballerober. Nein, es gibt glaube ich Freisto. Nein, er hat jetzt ein Zeitspiel gegeben. Aha. So mühsam. Hey, wir haben den Ball gehabt. Was soll das? Wir erobern den Ball. Dann gibt es wieder die Hallung von diesem Einwurz. Er hat sich Zeit gelassen. Ein verdammter Klose. Komisch eigentlich. Aber ja noch. Und jetzt ein Samen. Wenn der Ball mit ein wenig Fortuna bekommt. Das macht er dann. Ah, der Flanke gibt es nichts. Aber Guy kann ihn vielleicht noch holen. Gegen Schmid. Nachher Luzernberger. Und bis zum Babu. Babu und Fuarro. Vielleicht jetzt ein wenig Platz. Habisch. Schön. Mit dem Absatz den Ball hinten gezogen. Benito. Flankenball. Der Ball kommt zum Entsamen. Oh. Klärt. Im Strafraum. Aber gut gewesen vom Samen in den Ball. Den wir mitnehmen. Ja. Achtung, jetzt schnell. Lohan Demasai. Aber der Ball geratet. Nicht inside. Und jetzt Einwurf. Ja. Und jetzt sind zwei Luzern vor dem Ball. Jetzt gibt es ein wenig Platz. Wenn man schnell macht. Es macht aber Sexonogo nicht. In diesem Moment. Oh. Schau. Schau mal. Schau mal. Benito. Nächste Flanke. Ball abgelenkt. Achtung. Es passiert. Ein Samen. Nein. Ein kleines Schöpfen. Er fällt auf. Ein kleines Schöpfen. Ein kleines Hundertvolles. Wie man dann sagt. Kleine Güte, Mann. 86. Minute. Kostaschik kommt rein. Was? Ramlin. Höch. Babu. Kopfball landet. Dembroga. Dann muss es nach vorne klären. Im 0. 86. Minute. Thorsten Schik wird noch eingebeachtet werden. An die Flanke! 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 Kommt, Kieler, kommt! Vorne, von links, bei den Luzernern, bei der 87. Wölfli hat ihn, kann jetzt gut auswerfen, es wäre die Möglichkeit gut. Während des in der Schürze noch muss der Wölfli checken. Mühsame Kieps. Ah, ist der Basler, oh! Kursgeschick macht sich bereits die 87. Minute. Seksonoga wird den Ball da vorne tragen. Höch spielen, Richtung Guaro. Guaro gewinnt das Kopfball-Duell. Ich möchte sie klären, die Luzernern. Schürt. Leimani kommt. Foul auf den Schürt. Sek kommt rein. Für den Ebischer raus, jetzt gehen wir ein bisschen offensiver. Jetzt reissen noch mal am Riemen. Nuhu. Nur an Luzernern, die die Spiele verschleppen. Osterberg und Crash-Station, oder wollte keine haben. Ich bin vielleicht besser gesehen. Schönen Samet, oder? Basi bleibt aber hängen. Aber Ibe mit Mimbabu. Nuhu. Also, jetzt bin ich wieder in die andere Richtung. Nuhu auf Benito, auf der linken Seite. 88. Spielminuten läuft. Ibe braucht die Kiste für den Meister 2018. Schöner Ball. Schwierig. Aber der Zwischengang vom Luzernern. Schürt mit einem Kälbpass. Suleimani dazwischen. Benito wieder. wieder. Suleimani wieder. Die Brust an. Wird foulet. Heieieieiei. Unsere Nerven. Das ist Wahnsinn. Heieieiei. Das ist Wahnsinn. Heieieiei. 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 Also, Suleimani bringt hier den Freistoß rein. In Strafraum. Klärt von den Luzernern. Immer wieder. Aber Torsten schickt er zwischen mir. Jawoll. 89. Minute. Von Bergen zum Benito. Aus der linken Seite. Suleimani kommt rein. Immer noch Suleimani. Jetzt zur Flanke. Cuarón. Ja! Ja! Es tut es Ihnen. Es tut es Ihnen. Jetzt durchziehen! Jetzt durchziehen! Durchziehen! Jetzt einfach durchziehen! Durchziehen! Also durchziehen Giela, durchziehen Giela! Ah, durchziehen. 90. Minute läuft. Durchziehen. Man kann nicht trinken, weil sonst der Auto. Nein Klassen, jetzt musst du nicht noch das Auto tun. Sollte man noch das Spiel nicht weiterlaufen, wegen der Pyro. Fuck. Nein, jetzt läuft es wieder. Also 90. Minute durch. Nachspielzeit 4. Kann ich den stoppen, bitte? 4 Minuten nachspielzeit. Achtung, Nuhu. Halt ihn weg! Halt ihn weg! Ja! Ja, Jürgen Friedberg. Ja, und jetzt ist ein krampf, Mann. Leckst du einen geilen Krampf! So einen geilen Krampf, Mann. Ja! Was für einen geilen Krampf. Gibt ihr den 2 Minuten. Die Krampf ist so geil. Was für einen verdammten Meisterkrampf, Mann. Ja! Woh-oh. Kommen, Kieler bitte. Wir ziehen uns durch, Mann! Wir ziehen uns durch! Woh-oh! Woh! Woh-oh! Woh-oh-oh-oh! Ah, Luzern hat den Ball wieder. Woh-oh! Acha, no-huh! Ok, 6 aus den Algen, sorry. Hey, Luki, was haben wir für die Zeit? Einen Minuten ist gut durch. Gut eine Minute ist gelaufen. Auch ein bisschen mehr. Ich hatte mit meinen zittrigen Händen ein bisschen Mühe, den Timer heute zu holen. Oh mein Gott! Suleimani! Schön! Das ist gut! Das ist gut! Komm, einer Kramp! Nein, mach noch einer! JP! Oh, JP los! Oh, JP, bist du ein Gott! Oh, ganz umfällig! Ist das geil! Let's see it! Yeah, he won't! He won't! Yeah! Come it! Ja, ist das geil! Come it! Fishing out! Woohoo! Wie lange Geils noch? Luki! Zwei Minuten noch! Zwei Minuten! Zwei Minuten bis zum Meistergitter! Suleimani wird mitgewachsen! Ich gebe ihm! Ich gebe ihm! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schick! Schick! Achtung! Geht weiter! Mit dem Abstoss beim Omlin! Sehen Sie es auch schon an! Nochmal! Luzerner, hohen Ball! Nuhu! Lustenberger! Schön schickt er zwischen! Jaaaa! Schön soll er zwischen! Nein! Muss pfeif stehen! Resultes Mann! Nochmal Freistoß für Luzern! Ein Minuten vor Schluss! Wieder Krieg und Schneuli, die er wieder ausführen! Konzentriert bleiben Geile! 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 Geil, was läuft mit dir! Geil, noch auf das Spiel ab! Noch 10 Sekunden auf der Ruhr! Geil, noch mal Gorner zu haben? Das glaube ich nicht! Das muss nicht sein! Bitte nicht! Achtung, Gorner! Gorner! Kalt rein! Jaaaa! Geil, noch auf! Geil, noch auf! Geil, noch auf! Geil, noch auf! Geil, bitte! Geil, jetzt! Geil, noch auf! Geil, noch auf! Ja! 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 Ja, aber auch, wo ist vorig? Mit der Kleistung? Ja! 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 Hmm? Vielen Dank. 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 Vielen Dank.